Wir sind bei Carly, Katalog Nummer 78, ein Stutfohlen von Maximus J. aus der Isabella Staatsfirmenleistungsstute auf Wildfuchs Montan Dirk, bezogen bei Hans-Ulrich Götz aus Pitz, 8.01.2021, also das bisher älter Fohlen jetzt in dieser Kollektion. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, die Carly von Maximus J. aus der Isabella von Wildfuchs. Hier ein Fohlen mit schönen Faketien, sehr kräftig konstruiert, große Körperpartien in Schulter- und Truppenpartie, viel Halsaufsatz, zeigt ein eher hockenes, feines Fundament und in den Bewegungen heute so die Leichtfüßigkeit haben wir gesehen, aber ohne ganz große Raumerweiterung und Aufrichtung, aber so recht solide im Auftreten. Boden wird heute mit Silber prämiert. Dankeschön an den Züchter und Aussteller Hans-Ulrich Götz.